Guten Morgen meine liebe Freunde, heute zeige ich euch mein Lieblingsfrühstück. Für mein Lieblingsfrühstück Satrasch brauchen wir Zwiebel, Paprika, Eier, Tomate, Salz und Pfeffer. Gemüse sehr auf kleinere Stücke schneiden, klein aber fein. Eier bitte aus freier Haltung kaufen. Dann werden wir unsere Gemüse ein bisschen anbraten und dazwischen werden wir unsere Eier vorbereiten. Für mein Frühstück nehme ich normalerweise drei Eier. Ja, unsere Gemüse ist jetzt fertig. Jetzt geben wir Eier dazu und wir mischen und mischen, dass unsere Eier nicht zu fest sind, dass sie noch immer fein bleiben. Weil wenn Eier zu fest sind, dann schmeckt das überhaupt nicht. Und jetzt werde ich das alles probieren. Na Robert, wie schmeckt dir? Yummy, wow, der ist so begeistert. Bye bye.